Zum Anbringen eines Overlocker-Nähfusses wird der Nähfuss mit dem Hebel auf der Rückseite gehoben. Sohle unter dem Schaft durchschieben und Nähfusshebel senken. Er sollte korrekt einschnappen. Zum Entfernen des Nähfusses wird der schwarze Knopf auf der Schaftrückseite gedrückt, der Nähfuss mit dem Hebel angehoben, nehmen Sie den Zwei-Stufen-Hebel falls vorhanden und von der Maschine weggezogen.